Hallöchen ihr Lieben, heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Wir basteln heute diese Verpackung, das ist ein Hochhaus, wie ihr sehen könnt, mit einem Superhelden vorne drauf und in das Hochhaus lässt sich sogar was hineinpacken. Also diese Verpackung ist wirklich ganz, ganz einfach gemacht und ich denke mal eine ganz tolle Geschenkidee. Ich würde sagen, wir legen auch schon los mit dem Basteln. Ihr braucht wirklich nicht viele Sachen dafür und was genau und wie ich das gebastelt habe, zeige ich euch natürlich jetzt in diesem Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und lasst gerne auch ein Abo da, das ist hier natürlich kostenfrei Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, bleibt gesund Dann bis zum nächsten Mal bei Jackys Bastelwelt Tschüss!